Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ich bin der Red und ich spiele heute leider wieder allein. Es hat schon wieder zeitlich nicht gepasst und ich spiele dann einfach heute mal auf Timolia eine Runde 4 Arena. Das ist einfach PvP und 4 gegeneinander und ich verstelle kurz das Mikrofon. Ich habe gerade eben schon mal eine Runde gespielt. Es fing gut an, aber ich habe doch verloren. So, Rüstung anziehen und Knopf drücken. Und oh ja, das ist eine gute Map. Habe schon mal gespielt und da steht einer. Der hat gleich goldenen Eisen angezogen. Meine Taktik ist immer gleich nach oben in den Turm. Hau! Nein! Ich habe nicht vor, der Erste zu sein, der stirbt. Dann rein ich lieber schnell weg. Nein, da kommt er. Nein, hau ab, hau ab! Junge! Nein, 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 nein. dass der sich auch gleich sein bestes Zeug holt. Hoffentlich steht hier nicht schon einer oben. Nein. Dann komme ich und fliege erstmal die Leiter wieder runter. So. Und der erste ist gestorben. Hoffentlich bin ich nicht der Nächste. So. Da. Da rennt sie rum. Ah, der hat nicht mal die Rüstung an. Und wo sind sie? Unten rennt sie mal rum. Da. Das liegt mal, liebe. Kommt schon, macht euch fertig. Mr. Creepman. So. Und. Komm schon. Hast du noch einen geholt? Komm. Komm schon, komm schon. Hört der Brummer gar nichts sagen. Der ist als erstes gestorben. Ich misch mich lieber gleich ein. Wo ist der denn? Ah. Der soll ich so schon schaden. Ja. Gewonnen. Das ist nicht schlecht dafür, dass ich eigentlich so schlecht im PPP bin. Und dann noch das und los kann, äh, kann es losgehen. Nicht los kann es gehen. Hat sich auch Lederrüstung geholt. Oh. Den habe ich leider nicht gesehen. Und natürlich. Ah, hier ist ein Schwert. Ey, das ist doch nicht wahr. Oh, Mann. Er ist die Runde gewonnen, jetzt verkackt. Der hat einen Bogen, Mr. Creepman. Und, oh. Ist doch nicht so schlecht. So, wo ist denn, äh, X-X-X-Kruft-In-G-P-U-T-Weiß-Irgendwas? Ach, der versteckt sich hinterm Baum. Hat nur Unterhose an. Wenigstens Hose hätte er noch anziehen können. Ich bin abgegangen. Hä? Ja, das dachte ich mir schon. Ja. Mhm. Komm, fall runter, fall runter. Willst du bestimmt runterfallen. Ja. So, dann komme ich zu, nehme ich Kettenrüstung. Und ich nehme einfach mal ein Eisenschwert. Und einen Bogen. Also, ich habe letzte Runde gemerkt, dass ich gar nicht so schlecht bin mit dem Bogen. So, erster Treffer. Hä? Oh. 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 Habt ihr das gesehen? Hier habe ich ihn doch gerade gesehen. Nicht? Naja. Ah, der ist schon tot. Naja. Oh, Mann. Hallo, schon richtig hinterm Baum stehen. Wenn ich bitten darf. Das wäre doch keine gute Runde. Kannst du ruhig in der Höhle bleiben, Freundchen. Oh. Ha, 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 ha. Ich will noch einer sagen, ich bin schlecht. Jetzt nehme ich Goldrüstung und Eisenschwert und nochmal den Bogen. So, jetzt bin ich bereit. Mr. Creepman, das finde ich der letzte. Und der schaut nur nach oben. Mit seinem Holzschwert. Oh, das geht schon wieder los. Auch mal auf den Geschmack gekommen, ne? Oh. Ah, das ist ein Holzschwert, Junge. Oh. Aber hat schon ordentlich Schaden gemacht, dafür, dass es nur ein Holzschwert war. Naja, solange es kein Hänker ist. Was ich wirklich sehr für ihn hoffe. Okay, dann kann ich mal schauen. Da sehe ich sie. Oh. Komm schon. Ja. Oh, Mr. Creepman hat sein Dia-Schwert mitgebracht. Mitgebracht. Huh. Da ist er. Hä? Kommt doch. Was? Kommt der Pfeil plötzlich her? Oh, der ist doch nicht so schlecht. Der braucht nur länger. Mr. Creepman. Kommt doch endlich. Oh, shit. Ich will schnell zurückziehen. Mr. Creepman, kommen Sie doch nach oben. Haben Sie Angst vor mir? Und er fängt an zu sneaken, nicht wirklich. Da kommt er. Nein. Und er geht wieder runter. Und er geht wieder hoch. Oh, komm schon. Aber er hat auch seinen ersten Kill gemacht jetzt. Oder? Nein, schon seinen zweiten. Okay. Dann wieder ein Eisenschwert und diesmal nehme ich... Nein, das reicht jetzt fürs Erste. Oh, Mr. Creepman ist weg. Hä, warum ist er ausgetreten? Komm, 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 komm. Ja. Hm, jetzt ist der andere hinter mir her. Weil wir jetzt die Letzten sind. Ich muss erstmal schnell regenerieren. Haha, da kommt er her. Kannst du was sehen? Nein, 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 nein. Hinter den Baum. Oh, wenn ich regeneriert habe, dann kann ich ihn mal besuchen kommen. Nein, aber er kommt mich lieber besuchen. Nein, das finde ich nicht so toll. Weil er ist hier wahrscheinlich immer noch äh, mit vollem Leben unterwegs. Da ist er. Ich wollte mich aus der Entfernung abschießen. Aber wenn er noch ein Herz fehlt, wenn er mich jetzt nicht trifft. Wahrscheinlich hat er mich getroffen und es leckt nur irgendwie. So, da ist er. Komm, komm doch. Kämpfe wie ein Mann mit deinem Schwert. Kommt doch. Vor allem, was ist das für ein Name? DM4CH3RHD. Oh, der macht. Und er packt sein Dierschwert aus. Genau. Ja. Der hat mich kaum getroffen. So, jetzt mache ich aber mal mit meinem besten Zeug. Nein, ich weiß ja nicht. Nein, ich habe eine bessere Idee. Deshalb aber nur noch 30 Sekunden. Ich mache jetzt einfach so mal. Und ja, ich brauche eigentlich gar keinen Bogen. Wann soll ich noch Schwerte tauschen? Nee, brauchen wir ja nicht. Mit Eisenschwert kann ich das auch schon gut. Und war doch klar. Der packt aber sein bestes Zeug jetzt aus. Wo ist der Nächste? Komm schon. Na genau, der ist jetzt auch hinter mir. Er will sich angeln. Oh, komm schon. Wird erschlagen. Ich will runtergehen. den Kampf zu beobachten. So, da ist er. Und da ist er. Hätte vielleicht doch Dierschwert nehmen sollen. Okay, dann nehme ich jetzt das und das. Dann nehme ich jetzt das und das. Dann das so. Das so. Dierschwert und Bogen. Ich glaube, Feuerzeug nehme ich auch mal lieber mit. Ich könnte ja nach oben gehen in den Turm, aber ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist der Schuss und Treffer. Ja, jetzt kommen sie von allen Seiten. Also von beiden Seiten. Schnell weg hier. Betroffen. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Nee. Das ist so nicht wahr, Mann. Ich bin immer noch der, wo die meisten Treffer Punkte hat. Kills. Jetzt muss nur noch der X, DM, 4, CH, 3, R, HD. Ein Kill machen. Dann hat jeder mal ein Kill gemacht. Nächste Runde muss ich mich mal ein bisschen zurückhalten. Weil man die dann immer mit dem Bogen kommt. Ja. Ich bin immer noch der Beste der Zeit. Und habe nur noch einen Creeper-Kopf übrig. Natürlich schlecht. Und das hier und das hier. Muss ich eben so rausgehen. Und verstecke mich erstmal ein bisschen. Ja, genau. Kommen doch erstmal alle zu mir. Nur weil ich einen Kill mehr habe als ihr. Ist ja nur zu schlecht. Ah. Junge, hau ab. Nee, nicht schon wieder. Oh, ich bin doch nicht so schlecht gegen die. Also. Oh, die Runde ist schon fertig. Dann habe ich keine Rüstung mehr. Nur noch. Nimm mal Angel und Steinschwert. Wahrscheinlich haben die sich das Ganze angespart. Ich muss noch zwei Kills machen. Dann ist gewonnen. Und der hat... Was hat der für ein Schwert wahrscheinlich? Oh, der Kleine hat Eisenrüstung. Komm, kämpft ihr gegeneinander. Und ja, genau. Dierschwert. Ja, genau. Er packte seine besten Sachen aus. Noch zwei Steinschwerter übrig. Und der muss nur noch einmal gewinnen. Muss es sein. Ja, genau. Wieder mit deinem Dierschwert. Und genau. Steht die Rüstung ausgepackt. Ey, jetzt hat der mich mit dem... Nein, das fing doch so gut an. Ich bin zweiter Platz mit sechs Kills. Und er hatte zehn. Oh Mann, das fing doch schon so gut an. Naja, das war's dann auch schon von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, diese Niederlage. Und falls ihr jetzt ein Video zu meiner Map sehen wollt, dann müsst ihr einfach in die Kommentare schreiben. Ja, wir wollen ein Video sehen. Oder nein, wir wollen kein Video sehen. Wäre schön, wenn ihr irgendwas darauf antwortet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.